Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wie versprochen gibt es heute eine Verlosung als dickes Dankeschön an euch. Und zwar fangen wir auch direkt mal mit an. Das gibt jetzt ein ganz kurzes Video. Und zwar hatte ich ja am Dienstag euch das Buttermilk Lemon gezeigt. Und natürlich bekommt ihr das zugeschickt von mir, weil ich finde das so toll. Und ja, das habe ich auf jeden Fall euch mal gekauft. Und natürlich, weil ich so begeistert war von diesem Deo von Balea, das bekommt ihr auch. Dann bekommt ihr natürlich Schokolade. Und zwar Kirschmandel. Das kommt auch sofort in den Kühlschrank, sonst schmilzt das mir weg. Dann bekommt ihr, weil ich liebe Masken und ich dachte mir, warum nicht, bekommt ihr von Balea hier so eine Milchhonig. Ja, Milchhonigmaske. Und zum guten Schluss bekommt ihr eine Kokospitalia Maske von Balea. Und natürlich packe ich euch noch ein Goodie ein. Aber das ist dann einfach eine Überraschung für euch. Ja, das Einzige, was ihr machen müsst, ihr schreibt, wenn ihr mitmachen möchtet, Verlosung in die Kommentare. Und seid bitte über 18. Und ja, und das war es auch schon. Ich wünsche euch ganz viel Glück. Und ja, ich packe das jetzt gerade mal zur Seite. Übrigens, das ist das Kleid von Shein, was ich bestellt habe. Das ist so schön, so schön sommerlich. Und das kann man so über die Schulter ziehen. Ich finde das richtig schön. Nur mal so am Rande. Ja, ihr Lieben, das Wetter ist so toll. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein wunderschönes Wochenende. Macht was aus diesem wunderschönen Wochenende. Genießt es. Habt Spaß, habt gute Laune. Und wir sehen uns auf jeden Fall am Dienstag mit einem Putol. Und zwar gehe ich wieder ins Edeka. Und ja, da zeige ich euch wieder, was ich Schönes eingekauft habe. Am Montag kommt ein neues Video auf meinem neuen Kanal. Den verlinke ich euch natürlich wieder. Und natürlich nicht zu vergessen, die Auslosung findet schon nächsten Dienstag, vielleicht auch Donnerstag statt. Ich bin mir noch nicht sicher, weil ich so ein paar Projekte noch am Laufen habe. Aber lasst euch einfach eine Überraschung. Nächste Woche wisst ihr, wer gewonnen hat. Ja, ihr Lieben, ein wunderschönes Wochenende. Bleibt schön gesund und bis bald. Ciao, ciao.